Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir sind wieder zu viert unterwegs und zwar immer noch im Hammer Station Flashpoint, nicht Flashpoint. Und ja, den ersten Boss haben wir geschafft. Diesen scheiß Tunnelbohrer haben wir erledigt. Ja, gerade so, ne? Genau, gerade so. Bisschen knapp war es immer noch. Aber immerhin. Besser wie es die letzte Versuch. Genau. So, hier ist wieder bloß Müll, einfach rumhauen. So, der greift mich an, der greift auch mich an, okay. Um, um, denn ich hau mal ein Verpflegung, solange muss ich mich ja erwarten, wie ganz so oft das ist. Oh, nun Elite dahinten gleich mal raus, der kommt gerade. So. So. So, die Schwachen sind besiegt, also auf den Elite, ja. Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Vierergruppe dahinten nicht kommt. Ja, wäre gut. Wäre ungünstig. So, bereit. So, funktioniert. Auch bereit. Ja, ich auch. Okay. Okay. Die wollen nicht, die Schubs nicht wieder weg. Immer diese Probleme im Alltag. Ja, genau. Aua. So. Babbel, hier in Babbel. Jetzt muss ich entscheiden. So. Greifgefell. Warum greifst du? Okay. Ich bin jetzt schon wieder Level 16 1,5. So, geht er fix. So, bist du grün? Hast du eine grüne Leiste? Ja. Okay, bekomme ich mehr AP, aber... Hier Bus habe ich keine mehr. Wie laufen hier schon richtig? Warte. Ich weiß es nicht. Warte. Oh, ja, warte. Ja, da kommt nämlich gerade wieder der Elite, warte. Warte, aber das ist so oft, Dinger. Den Elite nehme ich raus. Oh, der ist draußen. Oh, man, oh, man, oh, man. Ich bin hier. Ja, ja. Fast schon auf. Ich habe mich schon an meinen Schwerterschutz aktiviert. Einmal schubsen. Hast du jetzt Glück gehabt, dass du den Gold nicht weggeschubst hast? Ja, der ist hinter mir, der kann ich nicht erwischen, wenn ich hab's. Äh, ja. Da leben noch ein paar. Oh, Hilfe. Da ist noch ein Goldner. Noch ein Goldner. Eieiei. Oh, zu spät. So. So, dann, ja, die... Macht, es gibt euer Bestes, ne? Gebt euer Bestes, ne? Ja, genau, das ist die, ja. So viel zum Thema. Ja, die, den kriegt man nicht bleibt, beziehungsweise das dein Bestes war, war der Sprach. Ja, wenn, du bist doch nicht gleich draufgehobt, doch. Was sind da, der Allianne? Die brauche ich. Die brauche ich, die Klinge. Aber da geht runter. Ich habe eine Kiste, ich habe eine Kiste gefunden. Oh, meine. Oh, der wird er drückt. Da drin, ja, Hand zu, die ich nicht brauche. Mit der Schwerer liegt für Jonas. Nehmeinbarer, für die. Oh, verdammt, was ist das denn? Der kommt ja mit. Ah, 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 ah. Ah, der läuft ja hinterher. Oh, okay. Ja, ähm, ja, ich freue mich. Zu spät. Dann kann ich wieder zurücklaufen. Ja, genau, ich laufe zurück. Ja, okay, dann laufe ich noch ein bisschen. Rausgesetzt, sie lassen mich in Ruhe. So, wo muss ich denn hin jetzt? Nein, Jonas kommt zurück. Da lang. Nicht draufhüpfen. Hoffe ich. Wo rennst du hin? Weg. Juga, warum rennst du so weit weg? Damit die endlich wegrennen, damit wir alle wieder beisammen sind. Sind die noch nicht weggerannt? Nein, die verfolgen mich noch. Oh. Zieht aber auch ganz schön lange Agro. Die Dinger. Die sind voll ganz schön lang. Ja, 80 Meter entfernt, aber irgendwie laufen die mir immer noch hinterher. Ach, komm. Ja, der war da hier. Wir sind alle wieder da. Das sind aber zwei. Das dürfte jetzt. Ja, ist egal. Das schaffst du schon. Einen kann ich herausnehmen. Den hinteren will ich hochheben. So, der hintere ist weg. Der hat eh kaum Schaden. Eben. So wollte ich das. Okay, und der nächste. Ja, nicht viel Schaden. Lukas, der ist immer noch aggressiv auf dich. Da. Gibt's doch nicht. Kann man nicht. Okay, jetzt treibt er mich hier. Ja, nicht jeder mag den Lukas. Da. Frei, frei nach dem Spruch. Hau den Lukas. Ja. Wahrscheinlich so programmiert. So, okay. Bisschen plündern hier noch mit. Zack, mal wieder Waffen fliegen. So. Oh ja, mein Waff. Ja, den hab ich schon. Ja, aber ich nicht. Hau, Lukas, hau dir auch mal deinen Buff raus. Hab ich schon. Hab ich schon. Das ist alles erledigt. Mach's nochmal. Ich hab ihn aber nicht. Du hast ihn. Nein. Nichts. Jetzt. Jetzt hab ich ihn. Ja, ich hab hier deinen Buff und meinen Buff auf einmal. Lalalala. Ich sammle ein bisschen mit ein. Alles, was ich so vergessen habe. So. Okay, die Gamma Station haben wir. Mussten wir jetzt doch einmal alle sterben. Ja, okay. Na, alle. Nee, ich nicht. Alle nicht, genau. Ich nicht. Einer ist ganz feige weggerannt. Und warum wieder? Ja, muss ja. Ja, Lukas. Ja, weil ihr alle gestorben seid. Geht so nicht. Ist das der da unten jetzt ein Boss, oder? Ja. Nee, nee. Der ist bloß im HP. Der ist bloß, wenn du die... Na, 55er machst. Der Bonus-Boss. Aha. Lukas, was haben die alle gegen mich? Ich weiß es nicht. Ist ja hier schrecklich. Ja, aber echt. Schlimm. Das geht so nicht. Warte, der ist Teil der Aktivieren. Eingreifen. Irgendwas gegen machen können. Ja, hier. Schaut man den da auf Malbus an und kriegt Angst vor ihm. Ja, aktiviere ich schon. Siehst du, jetzt greifen sie dich an. So, die brauchen wir ja nicht heilen. Da kommt allein klar. Wenn man so nett... Man muss Prioritäten setzen. Genau. Einer für alle. Alle gegen mich. Alle für eine. Ja. Da ist gleich die Elite. Warte, der kommt, glaube ich, um die Ecke. Da hinten stehen die anderen. Sonst pullen wir die anderen auch. Ne, ich glaube, der läuft einfach weiter. Na ja, ich zieh mal her. Nicht angreifen, warte. Er kommt jetzt, oder? Ja. Ja, aber das ist auch. Da ist doch alles machbar. Ja, jetzt greift der den Dü an. Weil du auch deinen Spot noch nicht hast. Ja, aber jetzt greift der schon mich an. Fein, so klappt das doch. Immer schön aggressiv sein. Genau. So, jetzt sollte ich dich auch mal heilen, wenn du angegriffen wirst. So, die lassen wir da einfach links stehen. Und müssen da eine Streiter-Kanone killen. Ne, müssen wir nicht. Da geht man hin und läuft vorbei. Lalalala. Aha. Wartet mal auf mich. Ich sammel hier noch fleißig ein. Nein. Ach man, Jonas. Und du musst natürlich wieder alles bringen. Was, ich jetzt? Ja, du, warte, ich tu den Streiter raus. Wir lassen den da einfach stehen und laufen weiter. Ja, da drinnen, da kann man aber der nächste Boss. So, ja, dann ist das nicht so intelligent. Und der hat 100... Der Boss hat... 100... Ne, 15.700. Und der Streiter hat... 14.600. Ist schon mal ein Borgerschmack auf den Boss. Ja, aber die hat eigentlich nur viel Leben. So viel Damage hat die jetzt auch wieder nicht raus. Ja, dafür. Ja, dann kann ich auch schaden. Später müssen wir nochmal gegen Zweifel den Kämpfen. Ja, aber das sind keine Streiter. Doch, das sind auch Streiter. Nein, das sind die. Ne, du haben das so viel Leben ist. So, gar nicht. So. Oh, Mann. Das hat nur wieder keine Macht mehr. Ah. Was machst du immer mit deiner Macht? Das wende sie. Na ja, macht nix. Ich hab hier auch mal mit dem Lichtschirm mit. Jo. Bist du keine... Jetzt kannst du dem auch keine Steine mehr gegen den Kopf werfen, weil er keinen Kopf hat. Nein. Na, das ist blöd. Oh, mal schauen, was bei der Laserkanone rauskommt hier. Zack. Plündern. Natürlich nicht angreifen. Das ist jetzt hier. Ja, warte. Wartet auf den Heiler. Ja, ich markiere nur schon mal durch. Ich bin euer Heiler. Ich bin euer Gott. Schaffen wir den Boss noch in der Folge? Wir haben noch 10,5 Minuten Zeit locker. Ja, okay. Also, zuerst da hinten links aufs Fadenkreuz, dann rechts die Pistole und zum Schluss in der Mitte den Boss. Also, Jonas, du gehst nur auf den Boss. Ja, wie gesagt, am Schluss den Boss. Aua. Oder auch nicht. Ja, Jonas, da hinten links die Kanone zuerst. Äh, den... die Torch. Dort? Ja, aber wenn ich nicht weiter auf den angreif, holt der noch jemand anderes. Nee, weil den kein anderer angreifen. Mal aber nicht. Ja, jeder eine, geht doch. Ja, nur doch einmal Heiler, halt, bis ich hier drei teilen. Nee, nee, ich teile schon mit. Achso. Nee, dann kann ich auch was raus holen. Ja, mach das. Oh. Ich habe mir immer dieses Machtproblem. Ich brauche einfach mehr Macht. Ich glaube, da bist du ja nicht der Einziger. Obwohl ich ja schon so viel Macht habe, wie ich als Gelände haben kann. So, hopp. Gut, dann geht's. So, diecher kämpfen. Mach 30 Schaden pro Schlag. Aha. Der haut ja fast gar nicht raus. Der ist ja lieb. Wow, der macht dreimal so wenig weh. Mit einem. Kämpferanschlag. Ja, da war das andere auch mal mehr Bus. Ja, der andere hat der erstes gemacht. Hier sind es halt die Apps, die immer die meisten Schaden machen. Ich bin der erste Boss, habe ich noch nicht als Boss gesehen. Ja, ich dachte auch. Ja, aber der andere trotzdem. Ist das immer so eine Sache? Ach, der halt. Wie es halt immer mit den Bossen ist. Hm. Gut, dann ist er auch down. Stoppt er. Es ist meins. Stärke, Ausdauer, Mittel, Schwert. Das ist du. Jo. Meinst du es nicht? Ich will auch mal was haben. Tö. Ich auch. Du hast doch schon vorhin was bekommen. Ich habe, ja genau, dieses komische Schwertding. So, kommt doch mal der Herbo oder wo? Achso. Ich habe eine Viboklinge. Also ich möchte ja auch noch mal was bekommen. Ja, genau. Doof. So, alle dabei. So, da ecken wir jetzt eh nur den Computer. Naja, aber das ist wichtig. Du brauchst uns unsere Unterstützung. Guck, hier, hier. Guck, genau. Da, da, da. Geh mal drücken auf, äh, auf P5. Ja, ja, genau. Hm, okay. Ja, wir, wir müssen jetzt über den hier Leben und Tod entscheiden. Oh, oh. Die armen Kerle. Die ist dabei. Okay, ich spiele auch mal böse. Bin ich viel zu nett für. Oh, mal schauen. 2. Ja, jetzt klickt. Ne, wie, ich hab schon. Die fehlt, du hast auch noch. Die fehlt. Ja, die fehlt. Die bin schon wieder. Ah, okay. Ach, Mann. Ich habe trotzdem eine dunkle Seitepunkte bekommen. Du spielst gut. Deswegen bin ich auch so rot im Gesicht, ne? Ja, genau. Ah, ich finde das Schwert aber nicht schön. Kopfschutz ist Hammerhandwerters. Ähm, da. So. So, dann. So, die einfach auch mal mich hier. Okay, der ist tot. Ah, warum verfehlt ich den? Das ist auch tot. Warum nicht? Hier ist mal was anderes. Genau, zählen wir wieder ernst ein, ne? Genau. Ah, guckt euch mal die schöne Aussicht dann. Das sieht doch schön aus hier. Guckt. Hier. Ja. Da, da kann man wirklich mal, hier kann ich Urlaub machen. Ja. Viel Sonne und Sand. Genau. Ja, dann such mal das Wasser. Das kommt dann mit der Luft. Du warst noch nie in der Wüste, ne? Doch. Ja, wo denn? Welcher Wüste denn? Im Sandkasten. Ja, die zählt auch. Warst du schon mal in der Wüste, du? Nein. Nein. Leider nicht. Gut, dann warten wir... Was? Also, äh... Ja, gut, kein Problem, dann machen wir den noch. Dann machen wir den noch. Und dann ist erst mal Schluss für heute. Ich kann hier schon währenddessen abmoderieren. Nee, nee, nee. Das machen wir dann gemeinsam. So geht das nicht. Kann das nicht weitergehen. Okay. Flup, blup, blup, blup. Okay, dann ist der auch schon da. Okay. Ah, ich hab gar nicht mitgekämpft. Was? Nein, ich hab gar nicht mitgekämpft. Hm, na gut. Dann würde ich sagen, machen wir erst mal eine kurze Pause. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hier aufgeben. Ich schwör's. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.